Präsident Joe Biden führte ein Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj über die Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression. Biden kündigte auch ein Sicherheitsunterstützungspaket in Höhe von 425 Millionen Dollar für Kiew an, das zusätzliche Luftverteidigungsfähigkeiten, Luftbodenraketen, gepanzerte Fahrzeuge und andere wesentliche Waffen umfasst, um die dringenden militärischen Bedürfnisse des Landes zu decken. Die Vereinigten Staaten werden der Ukraine in den kommenden Monaten weitere Ausrüstungen zur Verfügung stellen, darunter Hunderte von Abfangraketen, Dutzende von taktischen Luftverteidigungssystemen, zusätzliche Artilleriesysteme, Hunderte von gepanzerten Transportern und Kampffahrzeuge für die Infanterie. Im nächsten Monat wird Präsident Biden voraussichtlich eine virtuelle Sitzung der Ukraine Defense Contact Group leiten, um die internationale Unterstützung für das Land zu koordinieren. Selenskyj plant, das Ziel seines Landes, der NATO beizutreten, am Donnerstag während eines Treffens in Brüssel mit den Verteidigungsministern des Bündnisses voranzutreiben. Aber der NATO-Chef Mark Rutte sagte, dass es noch schwierige Fragen zu klären gibt, bevor die Ukraine dem Bündnis beitreten kann.